Hallo, ich bin Johanna und das hier ist mein Podcast, Karma is your superpower. Ich spreche hier über das Thema Angst in allen Facetten, über Selbstverwirklichung, Selbstsabotage, Selbsthilfe und über die Metamorphose von vermeintlicher Schwäche in Resilienz und Stärke. Ich möchte dir helfen, deine Angst in Kraft zu tauschen und ich möchte dir zeigen, wie du tiefer fühlst. Darum dreht sich alles bei mir, um mit mehr Leichtigkeit zu leben. Ich möchte dir Mut machen mit wissenschaftlichem Backup und ich möchte uns allen helfen, uns ein kleines bisschen weniger verrückt und überwältigt und stattdessen voller Möglichkeiten zu fühlen. Ich freue mich über deine Fragen, sollten welche aufkommen, zu denen du dir eine Antwort wünschst. Du kannst sie mir schicken über meine Webseite karlajohannaschäffer.com oder über Instagram und ich werde sie gerne hier im Podcast beantworten. Hallo zusammen, schön, dass ihr einschaltet. Wie geht es euch? Danke für eure Fragen, zu denen ich euch letzte Woche ermutigt habe. Es sind ein paar sehr schöne eingetrudelt und heute starten wir direkt mit der ersten Frage von Laura-Sophie. Und genau, es geht diese Folge um ein Beschränken und ich möchte als erstes die Frage vorlesen, die, wie ich glaube, ganz viele von uns betrifft, mich auf alle Fälle. Und zwar, wie gehe ich mit Prokrastination um und wie schaffe ich es trotz Zweifel und innerer Blockaden, meine To-Dos, zum Beispiel am Schreibtisch, zu erledigen und mich eben nicht im Bett zu verkriechen und dort auszuharren, anstatt Unterricht zu planen und Dinge anzugehen. Ja, wie gesagt, ich kenne dieses Problem sehr gut und musste vor allen Dingen in den letzten Monaten mich immer wieder selbst einfangen und mich auf meine Struktur, die ich in dieser Podcast-Folge besprechen möchte, wieder selber erinnern und diese einhalten für mich. Also ich kenne dieses Problem von mir, von Freunden und ich bekomme häufig E-Mails mit dieser Problemstellung. Eines der frustrierendsten Dinge ist diese scheinbare Unfähigkeit, etwas zu unternehmen, an etwas dran zu bleiben oder einfach den nächsten Schritt zu gehen. Wir alle haben Träume und einfach Ideen, große Dinge, die wir tun wollen und die wir tun sollen, weil sie entweder anstehen oder weil wir uns etwas Großes vorgenommen haben. Und dann versuchen und versuchen und versuchen wir, in diesen Momenten aktiv zu werden, können uns einfach nicht dazu motivieren, es auch zu tun. Und der südafrikanische Theologe Desmond Tutu hat einmal ganz weise gesagt, es gibt nur einen Weg, einen Elefanten zu essen, nämlich einen Bissen nach dem anderen. Und damit hat er gemeint, dass alles im Leben, alles, was groß und beängstigend und überwältigend, vielleicht sogar unmöglich erscheint, schrittweise erreicht werden kann, indem man eben sich Bissen für Bissen vornimmt, einen kleinen Bissen diesen riesengroßen Elefanten zerteilt und so irgendwann diesen Elefanten verspeisen kann. Abgesehen davon, dass dieses Beispiel natürlich unappetitlich ist, ich liebe Tiere, soll es einfach als Sinnbild fungieren. Also wenn du schon mal etwas Großes erreichen wolltest, etwas Großes Anstand, das Referendariat zählt ja absolut dazu, dann weißt du, dass so ein Anfang, aber auch die Mitte und auch das Ende eine absolute Herausforderung sein kann. Und du hast vielleicht eine vage Vorstellung davon, was du willst, wohin die Reise gehen soll, was das Ziel ist, aber eben keine Ahnung, wie du es erreichen sollst. Oder aber du setzt dich hin und denkst über all das nach, was ansteht, was du tun musst und bist völlig eingeschüchtert und fühlst dich erstarrt und vielleicht sogar unfähig, diesen Schritt zu tun. Also, das ist eine sehr häufige Erfahrung und eben der Grund dafür, dass so viele Menschen nicht in der Lage sind, ihre Träume zu verwirklichen. Sie versuchen einfach, den ganzen Elefanten in einem einzigen Bissen zu essen und das ist unmöglich. Ein sehr wichtiger Schlüssel, um den Elefanten so zu essen, wie er gegessen werden soll, ist das Setzen von Zielen. Menschen, die mich persönlich kennen oder die mit mir gearbeitet haben, wissen, dass ich ein riesengroßer Fan bin von Zielen. Und mein Leben, meine Arbeit hat mir einfach genügend Beweise geliefert, um zu bestätigen, dass der Mensch zu weit mehr fähig ist, als wir uns überhaupt vorstellen können. Also, eines der wichtigsten Konzepte, um einen Elefanten zu essen, um ein richtig großes Ding zu erledigen, ist die Beschränkung. Also, da möchte ich heute im Podcast darauf eingehen, auf ein Beschränkenkönnen, sich beschränken können. Also, im Grunde eine Einschränkung, eine Beschränkung, die man sich selbst auferlegt, um das eigene Leben und diese Situation zu vereinfachen. Ganz simpel betrachtet ziehen wir erstmal bestimmte Dinge aus unserem Leben ab. Und der Grund, warum das so wichtig ist, ist, dass eine der Hauptherausforderungen, die ich von meinen Klienten und von mir selbst kenne, ist die Überforderung. Wir haben eben dieses Vorhaben und es gibt eine Überwältigung von Informationen in unserem Gehirn. Es gibt eine Überfülle an Dingen, die zu tun sind. Und das schafft so ein ganz bestimmtes inneres Problemempfinden für uns, in uns. Und dann tun wir eigentlich gar nichts mehr. Wir drehen uns nämlich nur noch in dieser Überwältigung im Kreis und prokrastinieren. Also, lass es mich dir jetzt an verschiedenen Beispielen erstmal vielleicht an einem meiner Beispiele erklären. Diese Einschränkung, diese Beschränkung. In Phasen, in denen viel zusammenkommt, zwinge ich mich dazu, einen Bereich meiner Arbeit auszuwählen. Also, ein Business zu definieren. Nehmen wir zum Beispiel diesen Podcast. Ich wähle also den Bereich, den Podcast zu erstellen und lege für mich eine bestimmte Zeit fest, in der ich mich nur darauf konzentriere, bis ich es soweit geschafft habe, wie ich es eingeplant habe, wie ich es brauche. Das ist manchmal absolut auch eine Herausforderung, aber es ist so wichtig, sich zu beschränken und ein bisschen nach dem anderen zu definieren und weg zu frühstücken und sich damit konzentrieren zu können, am Ball zu bleiben und nicht in einer Überwältigung zu versinken. Also, an meinem Beispiel, ich habe eine Menge verschiedener Bereiche in meiner Arbeit, verschiedene Kurse, tägliche Klienten, einen wöchentlichen Podcast und ein Studium, das ich nebenbei mache. Und manchmal ist es tatsächlich eine Herausforderung für mich, alles erstmal vom Tisch zu nehmen, außer dem, worauf ich mich beschlossen habe, mich zu konzentrieren. Also, ich nehme mir zum Beispiel den Bereich vor, das Erstellen von drei Podcast-Folgen in so und so vielen Stunden oder an einem Tag. Und alles andere, woran ich auch arbeiten muss, lehne ich in dieser Zeit, die ich für diese Aufgabe bestimmt habe, lehne ich komplett ab. Alles andere, was auch ansteht, muss warten. Ich fokussiere mich auf diesen einen Arbeitsschritt. Also, lass uns ganz systematisch vorgehen. Mache dir anfangs klar und ganz konkret ersichtlich, was du erreichen willst. Es ist einfach viel einfacher, auf ein konkretes Ziel hinzuarbeiten, als auf einen vagen, ominösen Brocken. Und ich glaube, es ist super hilfreich, das Hauptziel anschließend in kleine messbare Ziele aufzuteilen. Einer der größten Stolpersteine auf dem Weg zum Erfolg ist ein zu großer Brocken auf einmal. Du darfst dir nicht mehr vornehmen, als du kauen kannst. Also, nimm dir etwas Zeit, um dein Ziel sorgfältig herunterzubrechen und stell sicher, dass es vernünftige Schritte und kleine Bissen sind, die letztendlich zu deinem Ziel führen. Lass mich dir sagen, was dieses oder was das Ergebnis dieser Arbeitsweise ist für mich. Wenn ich meine kleinen Bissen eingeteilt habe, wenn ich weiß, zum Beispiel, wie ich meine Woche plane, ganz genau, ganz strukturiert in Phasen, in denen ganz viel ansteht, dann bin ich in der Lage, meine gesamte Zeit und Energie auf eine Sache in einer bestimmten Zeit auf einen dieser Bissen zu konzentrieren. Wenn man immer nur einen Bissen nimmt, also ein bestimmtes kleines Teilziel vor Augen hat, kann man sich wie ein Laser darauf fokussieren und konzentrieren und sehr diszipliniert mit dem eigenen Verstand umgehen. Ich weiß, dass mein Gehirn so am leistungsfähigsten ist und ich weiß, dass mein Gehirn die Fähigkeit hat, buchstäblich alles zu erschaffen, worüber es nachdenkt. Wenn ich zu viele Dinge im Kopf habe und über zu viele verschiedene Dinge nachdenke, dann erschafft das eine Menge halbherziger Dinge. Oder aber der Elefant wirkt wieder so groß, dass ich mich verkrieche und mich stattdessen selber sabotiere. Wenn ich mich auf eine Sache konzentriere und mich darauf beschränke, für eine geplante Zeit, dann merke ich, dass mein Gehirn auf Dinge und Lösungen kommt, auf die es sonst vielleicht gar nicht gekommen wäre. Es löst Probleme auf eine Art und Weise, die es sonst vielleicht nicht könnte. Und ich denke, das ist eine unglaublich starke Fähigkeit, die man üben kann, die man lernen kann. Weil ich so diszipliniert über diesen einen Bissen nachdenke, habe ich gemerkt, dass sich meine Disziplin insgesamt gesteigert hat. Wenn ich auch über andere Dinge nachdenke, mein Gehirn weiß einfach, wie es sehr fokussiert arbeiten kann. Es ist fast so, als würde ich ein besserer Verwalter meines Intellekts werden. Es ist sauberer da oben, es hat mehr Kapazität und meine Toleranz für Dinge, die nicht geplant und nicht aufgeräumt und nicht diszipliniert sind, ist tatsächlich gesunken. Und meine Produktivität kann dadurch aber durch die Decke gehen. Und ich möchte dieses Konzept unbedingt mit dir teilen. Ich möchte dir sagen, dass es sich auf viele andere Dinge im Leben anwenden lässt, nicht nur auf den Beruf und die To-Do-Liste. Warum eben die Konzentration auf zu viele Dinge auf einmal einfach nicht sinnvoll ist, möchte ich jetzt noch ein bisschen genauer erklären. Die andere Sache nämlich, die dieses Beschränken bewirkt, dieses Fokussieren auf einen Bissen, ist, dass es einfach gegen Entscheidungsmüdigkeit hilft. Und das geschieht dadurch, dass du im Voraus eine Entscheidung triffst. Also einen winzigen Bissen des Elefanten nimmst und planst, wie du da deine Energie einsetzen willst. Damit musst du buchstäblich durch dieses Vorabentscheiden nicht mehr so viele Entscheidungen im jetzigen Moment treffen. Zum Beispiel, wenn ich Tage mit vielen Sitzungen habe, die ich so ganz absichtlich eingeplant habe, dass ich meine Klientenarbeit bündele an bestimmten Tagen, wenn einfach besonders viel los ist. Und ich muss keine Entscheidungen darüber treffen, welche anderen Projekte ich an diesen Tagen auch noch zu erledigen habe. Ich habe ganz strukturiert festgelegt, was an diesen Tagen geschehen wird. Ich muss keine Entscheidungen darüber treffen, ob ich andere Projekte oder weitere Einzelgespräche mit Kunden oder irgendwelche Podcast-Folgen aufnehmen muss oder Vorlesungen haben muss. All diese Entscheidungen sind bereits getroffen. Ich habe festgelegt, wie meine Tage strukturiert sind und ich habe damit eine große, wichtige Entscheidung darüber getroffen, worauf ich meine Energie an diesem Tag oder in dieser Zeitspanne konzentriere. Und das hat mir eine Menge anderer kleiner Entscheidungen abgenommen. Je weniger Entscheidungen ich zu treffen habe, desto mehr Willenskraft und Disziplin habe ich für die jetzige Aufgabe. Es geht ganz konkret darum, im Voraus zu entscheiden. Es klärt und säubert dein Gehirn buchstäblich und lässt dich deine gesamte Entscheidungsfähigkeit auf eine Sache konzentrieren. Und ja, wir können sehr viel mehr Energie in eine Sache stecken. Und ich möchte dir sagen, dass es einfach ein großer Fehler ist, sich zu viele Optionen offen zu halten. In allen Bereichen des Lebens, also Entscheidungen fällen zu können und es auch zu tun, ist eine viel größere Freiheit, als sich Optionen offen zu halten. Auch in der Liebe. Ich kann bei einem gewissen Optionswahn nur müde lächeln. Da, ich habe es gesagt. Denk darüber in Bezug auf deinen Partner nach. Sobald du entschieden hast, dass er, dass sie die Richtige ist, merkst du, wie sehr das diesen ganzen Bereich deines Lebens aufräumt. Plötzlich musst du nicht mehr andere Männer ansehen. Du musst nicht mehr überlegen, ob du vielleicht besser zu einer anderen Frau passt und in was wäre, wenn Fantasien Energie verpuffen. Du musst nicht mehr wissen, ob sie Interesse an dir hat. Du musst nicht mehr wissen, ob er dich mag. Plötzlich konzentriert sich alles auf eine Person in deinem Leben und das räumt so viel vom Rest deines Lebens auf, wenn du das tust. Oder du entscheidest dich aktiv gegen eine Beziehung. Ebenso befreiend. Entscheidungen zu treffen ist key. Und das gleiche gilt, wenn du ein Zuhause kaufst und dich auf etwas festlegen kannst. Dasselbe passiert, wenn du eine Stelle auswählst und dich festgelegt hast. Wenn man sich in diesem, in einem Entscheidungsmodus befindet, immer im Moment nach Entscheidungen zu suchen, ist das sehr überwältigend. Die Gedanken, vielleicht gibt es da draußen jemand, der besser ist. Vielleicht gibt es jemanden, der besser zu mir passt. Du bist ständig in diesem Entscheidungsmodus. Und es schafft ein ganz neues, zusätzliches Maß an Stress in deinem Leben, das du vielleicht gar nicht bemerkst, aber das absolut da ist. Und viele Menschen wollen diese Entscheidung nicht treffen, weil sie Angst haben, etwas zu verpassen. Die Angst vor dem Verlust an Möglichkeiten, die vielleicht besser wären als der Status Quo. Und was ich dir mitgeben möchte, ist, sobald man diese Entscheidung treffen kann und getroffen hat, sobald man diesen Bereich ein bisschen eingrenzt, hat man den Kopf frei. Und das ist der Moment, in dem sich deine Kreativität entfalten kann und dein Gehirn einfach mehr Energie und mehr Kapazität hat, um sich auf die Aufgabe zu konzentrieren, die jetzt ansteht. Sobald du dich entschieden hast, sobald du dich entschlossen hast, kommen wir nochmal zur Produktivität zurück, eine gewisse Sache in einer gewissen Zeit zu erledigen, ein klein bisschen vom Elefanten zu verspeisen und du dich entschieden hast, dass es keine Option ist, diese Entscheidung rückgängig zu machen, bekommst du Freiheit. Und ich, also in Phasen, in denen besonders viel ansteht, kommitte mich dazu, dass ich mir sage, wenn es nicht in meinem Kalender steht, dann passiert es nicht. Wenn du nicht auf dem Plan stehst, wirst du nicht gegessen, Bissen, Stückchen Elefant. Also, sich beschränken können. Teile das dicke Elefantenbein in kleine Bissen und plane jeden einzelnen Biss ein in deinen Kalender. Punkt. Das war's auch schon. Es ist außerdem sehr spannend, sich anzugucken, wie deine Beziehung zu dir selbst ist und ob du bereit bist, die Verpflichtung, die du dir selbst gegenüber eingegangen bist, nämlich indem du sie zum Beispiel in deinen Kalender eingeplant hast, diese auch einzuhalten. Wenn ich mir zum Beispiel ein Ziel setze und beschließe, mich auf etwas Bestimmtes zu konzentrieren, dann mache ich mir als allererstes alle Schritte, alle Bissen bewusst, die ich unternehmen muss, um dieses Ziel zu erreichen. Also, sobald ich all diese Schritte aufgeschrieben habe, ganz penibel tatsächlich und nach Prioritäten eingeordnet habe, und zwar bis ins Detail, zum Beispiel, wenn das Ziel ist, zehn Fragen von euch zu beantworten in vier Podcast-Folgen. Wenn ich mir dieses Ziel setze und mich darauf konzentriere und sage, das muss diese Woche geschehen, weil noch viele andere Dinge anstehen, dann liste ich als allererstes ganz penibel alle Schritte auf, die ich für die Erstellung dieser vier Podcast-Folgen tun muss. Also, ich muss die Fragen einordnen, ich bündle sie eventuell, ich muss mir Antworten zurechtlegen, ich recherchiere, ich muss sie einsprechen, ich muss sie schneiden, ich muss sie hochladen, ich muss die Folge anschließend beschreiben und einen Post erstellen. Ich schreibe mir alles auf. Und das kannst du mit deinem Elefantenbein auch machen. Jeder kleine Schritt, der erledigt werden muss, wird aufgelistet. Und dann trage ich diese Schritte, Bissen, in meinen Kalender ein. Und damit ist es für mich so gut wie erledigt. Die Entscheidungen sind bereits im Vorfeld getroffen. Ich darf mich entspannen und dann jeden Tag in meinen Kalender schauen und diese Verpflichtung mir selbst gegenüber erfüllen. Das nennt sich Planen im Voraus. Je mehr man bereit ist zu planen, desto eher man bereit ist, diese Entscheidungen auch zu treffen, desto leichter wird es sein, diese Verpflichtung einzuhalten. Ich habe also wirklich festgestellt, dass je mehr ich meine Verpflichtungen einhalte, desto höher ist mein Selbstwertgefühl, desto besser fühle ich mich mit mir selber. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, aus dem Blauen heraus, was ich in diesem Moment gerade priorisieren muss, dann ist das viel schwieriger, als wenn ich vorher, vorab die Entscheidung getroffen habe, heute steht so und so an. Also zum Beispiel kürzlich habe ich mir wieder vorgenommen, ein Jahr lang keinen Alkohol zu trinken. Ich habe mich jetzt also im Voraus dazu entschlossen, keinen Alkohol zu trinken. Und damit kenne ich die Antwort, wenn mir ein Drink angeboten wird. Es ist für mich in dem Moment keine Frage mehr, die ich mir selbst beantworten muss. Die Entscheidung ist vorab getroffen und das gibt mir eine Menge Integrität. Und das lässt sich üben. Manchmal wollen wir bestimmte Dinge tun. Manchmal will ich Verpflichtungen, die ich mir selbst gegenüber eingegangen bin, brechen. Und andere Leute wollen das natürlich auch. Aber ich versuche es nicht zu tun, weil ich diese Verpflichtungen, die ich mir gegenüber eingegangen bin, ehren möchte. Die Prokrastination ist ein Aufschieben. Entweder weil wir Angst haben, dass wir irgendetwas nicht gut machen werden oder dass etwas sehr schwierig sein wird oder weil wir uns faul fühlen oder weil wir uns überfordert fühlen oder weil wir in irgendwelchen Gefühlen schwelgen, die uns daran hindern, etwas zu schaffen. Wann immer du dich sagen hörst oder wann immer dir der Gedanke kommt, boah, ich habe keine Lust, wann immer dieser Gedanke kommt, möchte ich, dass du weißt, dass das normal ist, aber dass das kein legitimer Grund ist, etwas nicht zu tun. Du wirst nicht immer und tatsächlich in der Tat die meiste Zeit, wenn du etwas Großes vorhast, etwas Großes schaffen möchtest, entwickeln möchtest, wird es sich nicht leicht und fluffig anfühlen. Etwas zu erschaffen und sich zu entwickeln ist unbequem. Und dieses Unbehagen, das du erfahren wirst in diesen Momenten, ist die Währung für deine Träume. Bitte schreib dir diesen Satz auf. Dieses Unbehagen, das aufkommt, wenn etwas ansteht und du aber keine Lust hast und du dich dazu zwingen musst, diesen Schritt zu gehen, dieses Unbehagen halten zu können und sich davon nicht einschüchtern lassen zu können oder sich damit nicht selbst zu sabotieren. Dieses Unbehagen, Dinge zu tun, auf die du in diesem Moment keine Lust hast, ist die Währung für deine Träume. Du wirst das Gegenteil von dem fühlen, worauf du Lust hast. Und über dieses Moment musst du hinauskommen. Und deshalb ist es wichtig, sich Zeit zu nehmen und zu wissen, dass deine kleinen Bissen, die du definiert hast, dass diese nicht verhandelbar sind. Das ist leider so. Das ist der beste Weg, um Dinge durchzuziehen. Wenn du ständig nur das tust, worauf du Lust hast, wirst du dich rückwärts bewegen. Und wenn du diese Arbeit leistest, die du dir gesetzt hast, um dein Ziel zu erreichen, um deine Träume zu erreichen, dann fühlt sich das leider nicht immer wie Einhörner und Schmetterlinge im Flow an. Und ich glaube, manchmal denken wir, dass sich unsere Arbeit immer wie ein Flow anfühlen soll. Und das tut es auch manchmal. Und vielleicht ist das sogar das, was es im Endeffekt so schlimm macht, denn ich glaube, wir wollen, dass es sich einfach immer so anfühlt. Aber je mehr emotionales Management und je mehr emotionale Verantwortung du für dich übernimmst, desto weniger wirst du prokrastinieren. Klarheit und Entscheidungen im Voraus treffen zu können, gibt dir enorm viel Freiheit. Ich bin mir zum Beispiel völlig klar darüber, wann mein Podcast erscheint, jeden Mittwoch, wöchentlich. Ich bin mir sehr klar darüber, was mein Angebot ist, dass ich Klienten unterbreite. Ich bin super klar darüber, wann meine Prüfungen sind, wann meine Hausarbeiten anstehen, wann ich anfangen muss zu lernen. Ich muss diese Entscheidungen nicht mehr im Moment treffen. Ich weiß, was meine Antwort ist. Ich weiß, wann die Dinge zu erledigen sind. Es steht einfach in meinem Kalender. Und damit ist es für mich bereits erledigt. Ich muss nicht mehr im Moment darüber nachdenken. Ich muss nicht ständig Entscheidungen treffen. Ich muss nicht sagen, wann kann ich das überhaupt alles schaffen? Wann kann ich dies und jenes tun? Nein. Es steht in meinem Kalender und ich kann mich einfach entspannen. Ich kann mir vertrauen, denn wenn der Tag kommt, selbst wenn ich keine Lust habe, weiß ich, dass ich damit meine Verpflichtung mir selbst gegenüber einhalten werde und das alles auf dem richtigen Weg ist. Das macht mein Leben sehr viel freier. Jetzt lebe ich nicht mein ganzes Leben so und jeder Bereich ist strukturiert und festgelegt, sondern das tue ich, wenn viel ansteht, wenn viele Dinge gleichzeitig geschehen und erledigt werden müssen. Und das gibt mir ganz viel Freiheit und lässt mich nicht ausbrennen. Vielleicht denkst du jetzt, meine Güte, das ist so banal, aber es ist mein Anker. Und ich denke, das ist für uns alle wichtig, wenn es um die unterschiedlichsten Dinge in unserem Leben geht. Ich hoffe einfach, dass dieses Konzept der Beschränkung dir und euch etwas mitgibt und ihr probiert es aus, Beschränkung, ein Beschränken in euer Leben zu bringen. Und ich möchte nicht, dass ihr es als Einschränkung, als ein Einschränken seht, etwas, das euch einschränkt, sondern eher als eine Beschränkung, die es euch vereinfacht, mit Herausforderungen im Leben umzugehen und die euch frei macht. Also denk an einen Bereich in deinem Leben, in dem du frustriert bist, wo du einfach Frustration empfindest, vielleicht sogar ein Gewissen mit etwas Groll unterwegs bist. Ein gutes Beispiel dafür sind tatsächlich Beziehungen, die Beschränkungen brauchen, die Konzentration brauchen. Grenzen sind nur ein Weg, eine Beziehung zu fokussieren, vielleicht deine Beziehung zu dir selbst. Du darfst also jetzt an einen oder du sollst jetzt an einen Bereich in deinem Leben denken, in dem du ein bisschen frustriert bist. Vielleicht geht es um deine Finanzen. Vielleicht ist es dein Gewicht. Vielleicht ist es deine Produktivität bei der Arbeit. Und überlege dir doch mal, worauf du dich konzentrieren könntest, was du abziehen könntest, was du priorisieren kannst und diese Situation damit ein bisschen einschränken kannst, damit du dich darauf eben konzentrieren kannst. Im Voraus planen ist key. Das kannst du tun, wenn du, wenn es um dein Gewicht geht und du ganz klar bist, wie deine Mahlzeiten in dieser Woche aussehen werden und dann eben daraus nicht ausbrichst, wenn dich die Essenslust überkommt. Beschränkungen und das Treffen von Entscheidungen im Voraus. Du hast dich, du verpflichtest dich dir gegenüber selbst und du musst nicht mehr mit dir verhandeln. Du kannst dich auf dich verlassen, auf dich und auf die Verpflichtungen, die du mit dir selbst eingegangen bist. Setz dich hin, schreib den Bereich der Frustration auf, schreib auf, warum du frustriert bist. Was wünschst du dir für dein Leben? Konkretisiere ein Ziel, teile den großen Elefanten in viele kleine Bissen auf und triff dann diese Entscheidung vorab. Trag sie in deinen Kalender ein, fang an sie zu planen, beginne dich selbst ernst zu nehmen, dir und deinen Verpflichtungen dir gegenüber treu zu bleiben. Wenn etwas nicht funktionieren sollte, wie du es geplant hast, wenn es zum Beispiel zeitlich nicht aufgeht, dann stell den Plan nochmal um, das ist total in Ordnung. Mach nicht alles oder nichts. Also steig einfach wieder ein, mach weiter mit deinen Bemühungen und nimm Bissen für Bissen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr das mein Leben verändert hat, dass ich mich auf wenige Dinge zu beschränken vermag und bereit bin, Dinge wegzulassen und auf andere Dinge zu verzichten, die auch in meinem Gehirn herumschwirren und dann dadurch bestimmte Dinge wirklich großartig und fantastisch machen zu können. Ja, apropos großartig und fantastisch. Nächste Woche geht es weiter mit euren großartigen Fragen. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Habt eine fantastische Woche. Wenn dir diese Folge und der Podcast gefällt, dann freue ich mich total, wenn du ihn teilst. Vielleicht kennst du jemanden, der profitieren kann und dem er gut tut. Vielleicht hast du einen Freund oder eine Kollegin, dem oder der du meinen Podcast empfehlen kannst. Damit unterstützt du mich und auch andere, für die diese Nachricht hilfreich ist und dafür danke ich dir sehr. Wenn er dir ganz persönlich gut tut und du intensiver mit mir arbeiten möchtest, dann schau dich doch gerne mal auf meiner Webseite um. Ich habe verschiedene Angebote und ich freue mich, wenn du dich mit mir in Verbindung setzt. und ich freue mich, wenn du dich mit mir in Verbindung setzt. Ich freue mich, wenn du dich mit mir in Verbindung Untertitelung des ZDF, 2020